Hallo zusammen, da sind wir wieder. Jawohl, wir probieren es nochmal mit einem verdorbenen Nektar aus der Hülle zu springen. Das könnte ich das auch nehmen, oder? Ja, das bringt ja nichts. Okay, das müsste ich halt kennen, wenn ich das kenne, dass wir den parieren können. Das hätte ich aber besser mit Hülle probiert. Naja, ist ja jetzt egal. Jetzt machen wir erst mal. Probieren wir es erst mal so, noch einmal. Haben wir genug Munition noch? Jawohl, haben wir. Also es macht halt auch zu wenig Schale, finde ich. Das macht schon mehr Schale. Weg! Du darfst dich nicht treffen lassen, du Holzkopf! Warten Sie bitte, jetzt reicht mir halt noch ein bisschen. Kann man nochmal einer landen? Ich habe nur eins verbraucht, ich traue mich nicht jetzt. Ich traue mich echt nicht, ja. Wie gesagt, ein Schlag. Warte mal, ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Was? Der ist gar nicht exportiert? Das war nichts, Freunde. Okay, ich habe einen Schlag. Lass dich doch nicht verwischen von dem Krieg. Ach, du bist schon wieder in der Grabstelle, du Holzkopf. Alter, brennt noch. Aha! Geht. Aber nur bei dem halt jetzt. Weil du brauchst die Leiste voll unten. Oh, schade. Er rollt weg. Bleib liegen. Komm. Aha. Ja, das bringt nichts bei dem. Okay, ich... ne, da, da, da. Wink! Ne, herauf! Wink nicht, herauf! Verschrägste all. Macht's gut, bis denn. Na, da, 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 da Vielen Dank.